Liebe Kunden und Partner, ich bin Till und statt Karten darf ich euch in diesem Jahr einen Weihnachtsgruß der ganz besonderen Art überbringen. Hi liebe Crew, mein Name ist Eltho, ich bin Singer-Songwriter und ich darf euch von eurem Chef Jens herzlich Danke sagen für das letzte Jahr 2020. Ein riesiges Dankeschön an unsere Logistikabteilung für euren unermüdlichen Einsatz. Ohne euch hätten wir das alles nicht geschafft und ihr habt das Unmüdliche möglich gemacht. Das gesamte Team möchte sich bei euch für eure Treue und die tolle Zusammenarbeit, insbesondere in diesen turbulenten Zeiten bedanken. Frohe Weihnachten und alles Gute für das kommende Jahr. Und der Song ist nur für euch.